Ich bin Don Raphael. Als Abenteurer reise ich an die schönsten, entlegensten und gefährlichsten Orte unseres Planeten. Es sind Orte, die einem mit ihrer Schönheit die Sprache verschlagen. Dabei nehme ich nicht die abgesicherten Wanderwege der Touristen, sondern schlage mich durch dichte Vegetation und fast unüberwindbares Terrain. Ich erlebe Abenteuer, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat. Und euch nehme ich auf diese faszinierenden Reisen mit. Zusammen werden wir diese wunderbare und einzigartige Welt erfahren. Für alle, die selbst zu Abenteurern werden wollen, habe ich nützliche Tipps und Tricks, wie sie so eine Reise in Angriff nehmen können. Schritt für Schritt erkläre ich hier, was ihr alles wissen müsst, um das Abenteuer eures Lebens zu erfahren. Und natürlich stelle ich auch meine eigene Ausrüstung vor, die für meine Expeditionen unverzichtbar geworden ist. Im Moment bereise ich noch die besten Flecken Deutschlands, aber mein Ziel ist es, die ganze Welt zu sehen. Gemeinsam mit euch möchte ich dieses Ziel erreichen. Also kommt mit und lasst uns die Wunder unserer Mutter Erde in all ihrer natürlichen Pracht bestaunen. Jeder kann ein Abenteurer sein. Wie sagt das nicht? Jede kann ein Abenteuivas, Helio, Rekord diner. Zurück diese Beteu multim Styles. Ja ich weiß, ich muss auch conspirahlen. Aber aber wirklich mit forkises! Untertitelung des ZDF, 2020